Liebe Jugendliche in den Verbänden des BDKJ, ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest möchte ich euch allen wünschen. Ich freue mich, dass ihr euch in unseren Jugendverbänden engagiert und dass ihr so viel Freude in der Gemeinschaft auch finden könnt. Weihnachten, das ist das Fest. Jesus ist geboren, Gott wird Mensch, er ist uns ganz nahe. Und weil er uns so nahe ist, dürfen wir die Liebe Gottes aneinander weitergeben. Ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir haben ein ganz aufregendes Jahr hinter uns mit vielen Höhen und Tiefen. Ich möchte erinnern an die 2-Stunden-Aktion, an der ihr euch großartig engagiert habt. Oder auch an den Weltjugendtag in Rio, wo wir ganz großartige Gemeinschaft im Glauben erfahren haben. Für das Jahr 2014 wünsche ich euch Gottes Segen und dass wir ähnlich große Erfahrungen machen dürfen. Vor allen Dingen, wenn wir die Mestiner Wallfahrt in Rom haben.